Moin zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der NF-Marsch vierfach Version und ja das Mähen von der Wiese 27 habe ich abgeschlossen und jetzt habe ich mich hier mal in den Skorpion reingesetzt und wir bringen mal die Hackschnitzel schnell mal hoch zur Zellstofffabrik und dann gucken wir mal wie es da überhaupt so aussieht wie weit da unser Wasserlieferant schon gute Dienste geleistet hat und dann gucken wir mal was weiter noch so ist also mit dem Gras muss man sagen ich habe beide Fermenter mit knapp 300.000 Litern voll wir haben noch 300.000 Liter Gras im Lager also die können auf jeden Fall erst mal arbeiten und sonst sieht es eigentlich gut aus der Drescher ist im Moment wirklich am funktionieren unten bei der Mission auf der 53 und dann gucken wir einfach mal was sonst noch so ansteht heute genau wir wollten auf jeden Fall Silage umfüllen von dem Fermenter ins das Hauptsilo das war noch ein Ding ah guck mal hier unsere Pappeln wachsen 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 auch schön perfekt dann gucken wir mal jetzt wirklich wie es da oben bei der Zellstoffgeschichte aussieht richtig richtig gut laufen wird die oben erst wenn wir dann das erste mal die Pappeln geerntet haben weil dann ja eben Hackschnitzel im Überfluss da sind jetzt müssen wir halt immer mit dem Abfall in Anführungsstrichen aus dem Sägewerk halt mit arbeiten aber das geht auch und ja gucken wir einfach mal wir sind ja auch gleich da dann schmeißen wir die schnell da rein dann kann der Kollege nämlich auch wieder automatisch gleich zum Hof zurückfahren da müssen wir dem nicht dem nicht helfen hier und wir können uns dann schon um andere Sachen kümmern und dann fährst du einfach zum Schweinestall weil da kannst du dann können wir gleich Mist aufladen aber wir lassen uns mal hier kurz raus haben wir hier eigentlich eine Anzeige dran dann müssen wir mal vorne auf dem großen Display gucken wie es denn hier aussieht oh wassertechnisch sind wir fast voll gut das heißt Herr Kollege Sie machen hier mal Stopp und sie produzieren jetzt mal das Kalkwerk äh beziehungsweise produzieren sie füllen das Kalkwerk auf so du machst hier irgendwie was ja genau wir wollten ein wenig Silage umlagern so weit zumindest bis dann der Telelader da ist ich habe keine Ahnung wie viel wir hier drin haben wir machen jetzt einfach mal so viel wie in den Anhängern und in den LKW geht auf jeden Fall ist das schon mal voll dann gucken wir mal wie viel wir hier noch raus bekommen gut 35.000 aus der einen geschichte ja hier ist unser Wasserflästchen ja hier ist unser Wasserflästchen ja guck mal wir haben 70.000 Liter hier voll das wird eng aber passt abladen 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 so das läuft ja du stehst hier rum das ist der hat das der Telelader ähm ja was auch immer du vor hast du willst zum drescher gut ich habe nichts gesagt wie sieht es denn hier eigentlich aus wasser und wir sind kalkmäßig bei 99 prozent und diesel bräuchten wir auch demnächst da würde ich doch sagen dass wir eine runde kalk verkaufen fahren wo ist der lkw hier es wäre ja blöde wenn das kalkwerk stehen bleibt was die produktion angeht deswegen schnell aufladen mein lieber lexion ich glaube nicht dass du schon fertig bist du hast durch diese doofe geschichte wo du nicht so wirklich gelaufen bist eine menge nicht gedroschen und deshalb würde ich sagen du fängst einfach noch mal am ersten wegpunkt an und fährst einfach noch mal das komplette fällt jetzt ab wir könnten ihn auf den auf die zweite bahn hier stellen komm und jetzt machst du einfach noch mal deine runde so lkw das heißt aber wir müssen auch diesel besorgen und wir müssen gucken wo wir kalk verkaufen dürfen und dann können wir eben auch mal wieder so ein bisschen unseren kontostand aufbessern bei der getreide ag gut das ist jetzt der preisunterschied ist nicht so groß und weiß nicht haben wir getreide ag haben wir glaube ich noch gar nicht oder dann fahren wir einfach dann fahren wir zur reifeisen manchmal muss man auch einfach sich für den wirtschaftlichen weg entscheiden und nicht für den profitabelsten so guck mal hier ist auch erntereif oh jetzt da haben wir langsam aber sicher ein problem weil halt der drescher immer noch da unten bei den beiden missionen gebunden ist aber ist halt im moment so können wir nicht ändern und dann gucken wir einfach dass wir die beiden dinger da relativ schnell abgehandelt bekommen sooo oh Mensch nicht so weit ja dann gucken wir mal was denn da mit dem kalk bei rum kommt ich will gleich mal was probieren wir haben doch glaube ich haben wir haben wir haben wir haben wir tankstelle eigentlich einen kurs gemacht jetzt ne gut dann nicht hätte ja sein können so auf jeden fall sieht mal unser finanzielles polster mal wieder ein bisschen besser aus das waren 20.000 so eine lieferung ich glaube da können wir gleich nochmal eine abholen so ein kleines finanzielles polsterchen ist doch ganz gut falls man doch mal kurzfristig was einkaufen muss wir wissen wir sind was das was das geld angeht kredit technisch komplett komplett am anschlag also da geht gar nichts mehr das heißt wir müssen wirklich jetzt wirtschaften 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 deswegen auch Mist einmal fahren ich weiß nicht wie es in der Düngerproduktion im Moment aussieht ob wir da auch schon wieder ob die schon wieder steht da können wir aber gucken wir mal hier Mischfutter, Komposter, Schlachter, Dünger Dünger deaktiviert weil kein Mist aber wir haben 47.000 hier wie sieht das Flüssigdünger aus die läuft da haben wir fast 100.000 Liter da können wir auf jeden Fall mal demnächst verkaufen fahren das ist doch schon mal etwas so aber ja da stehen wir hier an so komm machen wir die Tour auf jeden Fall noch schnell dann lassen wir den LKW erstmal bei Reifeisen stehen und kümmern uns um Mist Zeit haben wir noch das kriegen wir auf jeden Fall hin so das gibt dann gleich nochmal 20.000 das passt dann sind wir wieder bei knappen 50.000 so abkippen abkippen und jetzt brauchen wir den Skorpion das ist der hier ja und du hast da gleich hier gleich wieder einen kleinen Crash gebaut kennt man ja nicht anders von dir mal guck mal gerade sauber gemacht und schon wieder ist hier Schweinerei bevor wir hier anfangen zu schicken lass uns mal gucken wie viel Mist das ist ja 29.000 das geht ich hätte gedacht wenn es jetzt mehr gewesen wäre dann hätte ich doch vielleicht den LKW herangeholt aber so geht das ja so kippen 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 so nächste Schaufel ja ja so 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 den Rest werden wir einfach in der Schaufel mitnehmen weil der Anhänger dürfte fast voll sein so wir müssen hier ein bisschen weiter rüber da liegt auch noch so haben wir alles ja das bisschen können wir verkraften was da noch liegt und auf geht's zur Düngerproduktion also das ist mal ganz kurz gucken bei den Kühen da liegt 8.000 da brauchen wir noch nicht runterfahren ja was wir wirklich noch anschaffen sollten wäre ein großes Fass als Auflieger damit wir einfach wenn wir jetzt Flüssigdünger oder so verkaufen fahren wollen dass wir das einfacher machen können oder oder wir machen das einfach vom automatisiert vom Lager aus äh mal gucken das müsste ungefähr hier passen ja da kommt ein kleines Misthäubchen wir können ja mal gucken wo wir zum Beispiel Flüssigdünger verkaufen könnten äh flüssigdünger bei Reifeisen das müssten wir doch eigentlich das probieren wir jetzt einfach mal äh Kollege du stopp du beläst am Flüssiglager und fährst zu Reifeisen mit Flüssigdünger das gucken wir uns mal noch schnell an auch wenn wir wieder ein zwei Minütchen überziehen weil wenn das funktioniert dann ist es ja relativ einfach wie viel Flüssigdünger haben wir denn ja gut sind jetzt nur 12.000 hier drin ja ist egal zum Testen geht das weil dann können wir einfach den Flüssigdünger hier umlagern so er lädt er lädt er lädt er lädt er lädt wieso habe ich hier verkauft Raffinerie halte mal habe ich noch kein verkauf Reifeisen äh haben wir gar nicht ha gut äh dann äh lassen wir das erstmal sein machen wir Feierabend für heute morgen geht es dann weiter hier mit einer weiteren Runde bis dahin macht's gut habt einen schönen Tag und tschüss